Rast mich raus. Hey Kinder! Was gehen bei euch ab, die Junge? Ihr wisst ja, dass ich jetzt gerade in der Prüfungszeit bin und jetzt fangen wirklich die Prüfung an. Jetzt kommende Woche geht's los. Durch die ganze Lernerei konnte ich nicht vorproduzieren. Also werde ich höchstwahrscheinlich die kommende Woche. Ah, meine Haare. Oh Gott, es ist ja dunkel. Hätt mich doch gerade mal am Ärmel da, oder? Dann wird höchstwahrscheinlich nichts kommen. Ich hab doch nicht wieder das Ansteck-Mikro von am Start, aber ich hab's nicht angesteckt. Ich halt's Richtung Mund. Das müsste jetzt eigentlich ultra die Qualität haben. Guck mal, wie dunkel es hier ist. Weil ich kein Lichter auch hab. Ich mach's mal auf, was mal auf. Mh, auf einmal ist das Lichter, ne? Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich jetzt gerade nichts machen kann. Aber ich muss jetzt halt lernen wie ein Ochs. Ich bin jetzt gerade auch wieder am Lernen. Es ist mitten in der Nacht und ich dachte mir, nee, ich kann euch jetzt so nicht hängen lassen. Ich muss jetzt doch irgendwie, also zumindest eine kleine Nachricht eben euch so überbringen über diese Videoform eben. Haltet durch. Ich weiß, ihr könnt es schaffen. Denkt immer daran, es gibt auf dem Kanal über 1700 Videos. Es sind, glaube ich, fast 1800 Videos. Also Material habt ihr ja für die Woche. Das kann mir niemand erzählen, dass er schon alle Videos gesehen hat. Nie im Leben, Alter. Ich werde dann, äh, nächste Woche, wenn die Prüfungen rum sind, freitags, gucke ich, dass ich mich freitagabends direkt hinsetze und ein bisschen was mache. Ich hab dann zwar die Woche drauf noch eine Prüfung, aber die ist Pille, Palle. Die anderen drei Prüfungen sind echt... Verstehst du? Also schon... Komm, ich zeige euch noch was. 2-0. Ha! Ihr wisst ja alle, dass ich, äh, oft spazieren gehe. Heute war ich wieder spazieren, ne? Manchmal muss ich mal runterkommen und einfach, um die Gedanken zu ordnen. Da hab ich was gefunden. Schau mal. Ne Schrotflintenpatrone und drei Blümchen habe ich so nahe gesteckt, welch für mein Fräulein. Da wird sie sich frei, oder? Ich weiß, sieht jetzt erstmal bescheuert aus, ja? Ich dachte mir, ich sege oben dann das ab, dieses gekürzelte noch, also flext es weg. Und ja, dann sieht das doch so aus. Dann ist so ne kleine, so ne kleine Metallvase oder sowas, wollen doch Frauen immer haben. Und kleine Blümchen auch dazu, pfff, sind sie doch immer am Start, die Frau. Ja, da wird sie sich frei, die Schneck. Wahrscheinlich sieht sie das jetzt das erste Mal in diesem Video, weil ich erst morgen bei hier bin, aber ich kann das, ich nehm das nicht mit. Wahrscheinlich sind die Blumen bis dahin eh kaputt. Äh, und ja. Ich hab's jetzt zwar schon gossen, aber ob das langt? Ähm, ich sag mal einfach, wie ich als Paras doch da drüber denke, wahrscheinlich nicht. Ich bin nämlich Wasser-Olobe. Ich kenn mich mit Blumenwasser aus, wie ihr euch mit, mit, was weiß ich, meinen Videos gucken zum Beispiel. Ich muss auch kurz noch kochen. Ich bin am Kochen. Warte mal. Nom, nom, nom. Naja, du mal, Mitte der Nacht fängt auch zu kochen. Und jetzt brutzelt es doch rum, Alter. Ich hab schon runtergedreht, dass es dir keinen flächendeckenden Brand gibt. Aber naja, falls doch, hab ich vielleicht doch Prüfungsfall, wenn mein Haus erbrennt. Ich werd jetzt gleich essen und dabei ein bisschen South Park gucken und dann eben weiter lernen. Es ist jetzt gleich halb eins und ja, ich denk ich spätestens um zwei werd ich mich dann noch hinlegen und pennen und morgen halt auch den ganzen Tag durchbüffeln. Das ist echt scheiße. Ich hasse lernen. Oh Gott, ich hasse es. Wenn ihr nicht gerne lernt, hört auf zu studieren, fangts erst gar nicht auf. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Die Familie. Komm, mach was gescheits, gell? Und toll, ist mein Informatiker oder sowas. Dabei hab ich ja eigentlich ne Chemieausbildung gemacht. Das mach ich überhaupt. Ich weiß es nicht. Leberhaltig. Das lebe. Schlägt zu wie es zuschlaglich. Kann ich nix machen. Im Leben kannst du nichts ändern. Das kommt von ganz alleine so. Du musst dich eigentlich nur hinsetzen und zack, hast du ne Ausbildung, zack, hast du ein Studium, zack, bist du arbeitslos. Wenn ich erst im Studium arbeitslos bin, raste ich aus. Die ganze Scheißzeit, die ich mich da hinhocken muss und den Fick lernen muss, raste ich aus, Alter. Raste ich aus. Und es ist nicht so, dass es das nicht gäbe. Ich kenn arbeitslose, äh, Studenten. Also die. Nach dem Studium eigentlich, nicht während dem Studium. Ohne Witz. Fertig studiert Leute, die einfach nichts machen können, weil sie keinen Job bekommen. Mit nem guten Studium. Was ist da los in der Welt? Mal auswandern, Fachkräftemangel, unterstützen und einfach mal woanders hingehen. Dachdecker werden in Skandinavien oder sowas. Aber dafür studier ich nicht, wisch. Egal, YouTube-Manie regelt und sowas, wisch. Wer braucht schon einen Beruf, einen YouTuber. Du schутst. Untertitelung aufs ZDF, 2020